Hier nochmal Team C-Ray CP1. Hallo Leute, nochmal kurz nach dem Stream. Ich freue mich, zwei neue Abonnenten begrüßen zu dürfen. Einmal der Usch1981 und der oder die andere wurde mir jetzt leider nicht angezeigt. Deswegen auf diesem Wege nochmal willkommen in der Community, in der kleinen aber feinen Community. Ich hoffe, der Folge-Stream hat euch zu weit unterhalten, mir beim Leiden zuzuschauen. Wird auch wieder besser werden. Hoffe ich einfach mal in den Kanal-Trailer reingucken am Ende. Sehr emotional, wenn dann da in einem hart umkämpften Spiel die Krone geholt wird. Also es geht auch anders. Die Zeiten werden auch wieder kommen, da bin ich sicher. Einmal ist halt einfach der Wurm drin. Aber auf diesem Wege wollte ich einfach nur willkommen heißen auf dem Kanal. Einfach mal die Playlist durchschauen. Beim nächsten Mal geht es noch weiter mit Train a Sim World im Great Western Express. Einfach mal die Playlist durchgucken, was es so gibt. Da auch gerne noch ein paar Wünsche reinschreiben, was ihr gerne sehen wollt. So Partyspiele wie Monopoly, Poker oder Mensch, älger dich nicht. Einfach mal so auf ganz entspannte Basis können wir das mal unter der Woche spielen. Wann die Streams kommen, ist immer unterschiedlich. So wie es mit der Arbeit halt klappt und wie es mir abends dann geht. Ob ich da noch die Kraft und Motivation habe, noch online zu gehen. Aber wie gesagt, wie es die Leute hier gemacht haben, die 161, abonnieren, liken, teilen. Und ich freue mich über jedes neue Mitglied auf meinem Kanal. Lasst die Community wachsen. Und ja, was bleibt mir noch anderes übrig, als euch einen schönen Abend noch zu wünschen, wie gesagt. Kommt gut in die neue Woche. Und dann sieht man sich in alter Frische wieder beim nächsten Stream, schrägstrich Video. Macht's gut, euer Racy. Haut rein.